Und diese Biene, die ich meine nennt sich Let's Shadow Fetter Let's Shadow Ich hab mir da jetzt einfach mal überlegt, da es wirklich Leute gibt, gut und gerne mal Volksmusik hören Oder vielleicht die eine oder andere klassische Musik Dass ich mal einen Musikordner für euch zusammenstelle Also generell, da sind halt nur noch Copyright-Songs drin Das bedeutet, dass ihr die für euren Kanal benutzen könnt Ich weiß nicht, ob ich da draus eine Playlist mache Aber es ist halt eine Mischung aus allem Und ich finde, sowas könnte man ganz gut gebrauchen Erst ab 250 Likes Ich weiß nicht, wie ich den Hurensohn einfach gerade gebe, Mann Ich finde es so geil Ich hab den einfach getötet, oh mein Gott Wie auch immer, Jungs, ich weiß nicht, ob ihr drauf Bock habt Aber halt, ich hab ganz, ganz viel meinen Musikordner zusammengestellt Da war wirklich die fresheste Musik drin Meistens ist es auch so, dass jeder Neuling auf YouTube wirklich die schlechteste Musik benutzt Wenn ihr drauf Bock habt, würde ich mich freuen, wenn wir so die 250 Likes knacken würden Also ab da tue ich den Ordner auch releasen Den könnt ihr euch dann auch herunterladen Und dann pack ich nochmal eine Playlist dazu Also ich versuche auch was für Leute zu finden Die jetzt nicht gut und gerne mal auf Links draufklicken Und sich was herunterzuladen Damit war es dann eigentlich auch schon mit diesem Video Ich wollte es nur kurz gesagt haben Und wenn ihr euch dieses Video gerade anguckt Ich bin im Urlaub, weil ich nur kurz gesagt habe Oh mein Gott, Kerem, siehst du das auch? Danke